Aktivieren Sie die Befehlszeile auf dem Hauptfeld aus dem Dropdown-Menü Anmerkungen. Auf dem Feld geben Sie den Beginn der ersten Verlängerungslinie, dann die zweite und die Befehlszeile kyrillischen Zeichen T und drücken Sie die Eingabetaste, legen Sie die Größe zu geben, sie einen numerischen Wert einzugeben und drücken Sie die Enter-Taste. Aktivieren Sie den Befehl Abschnitt der Hauptplatte, zeichnen, den Startpunkt angeben und dann die dynamische Eingabe zu aktivieren. Drücken Sie die Taste F12 und alternativen Eingabe-Zahlenwerte der Tab-Taste drücken, um die entsprechende Größe zu setzen. Mhm. Mm. Mhm. 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 Mh.